Hey Dudes, schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ihr habt es gesehen, Z bis A, Ione heute am Start. Abonnieren, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. So, der ein oder andere von euch wird jetzt sagen, Ähä, Ione, die W und die Q skalieren nur auf Attack Speed, warum spielst du denn im URF? Erstens, weil ich es muss oder weil es halt Projekt ist. Äh, nicht Projekt. Doch, irgendwie so. Und andererseits, im URF ist ja nicht nur CDR. Ja, im URF kriegt man auch extrem schnell Gold und wusstet ihr, dass man hier so cool, so cool walken kann mit Ione? Ihr könnt hier so richtig cool walken. Warte, ich krieg's nicht immer hin. Ja, hier, jetzt könnt ihr so cool walken. Der Plan auf jeden Fall ist, wir farmen uns auf die zweite, uns zu Attack Speed-Schule, Phantom Dancer Infinity Edge. Und ab dann sollten wir OP sein, ab dann basieren wir das Game weg. Let's go, ich nehme mit. Was? Das hat uns noch gekillt? Really? Okay, boys, das wird schwerer als gedacht. Wir spielen gegen eine Diamond 1. Wir spielen gegen eine Diamond 1 Lissandra. Ist ne Challenge? Sie hat's early game, ich hab dafür's late game. Okay, schön. Schön, schön. Noch haben wir's outplayed. Was? Mein Weg kam nicht durch. Oder hat's einfach uns kein Schild gegeben? Ah, scheiße. Eine Q mehr und ich hätt's sie gehabt. Egal, egal, egal. Schön, schön. Das haben wir schön gecounterplayed. Sonst hätte sie mich hier tatsächlich wahrscheinlich sogar gekillt. Kurz bisschen poken. Ja, ist traurig, wie wir poken müssen. Ich weiß, aber es muss sein. Es muss sein. Zum Glück haben wir die W hier noch durchbekommen. Sonst wären wir wieder gestorben. So, und jetzt nach und nach holen wir uns unsere ersten Kills. Mhm. Kurze Pokerino. So, wenn's auf der Lane nicht klappt, weil ich zu scheiße auf diesem Champion bin. Vielleicht müsste ich mal Jones, Jones, John Reno um Hilfe fragen. Der ist Jon Main, soweit ich weiß. Vielleicht würde es dann was. Da muss ich aber ganz schnell zurück, ne? Da muss ich aber mal ganz schnell zurück. Weiß auch nicht, woran's liegt. Ich weiß auch nicht, woran's liegt, Jungs, Mädels. Wie kann es sein, dass ich gerade fast gewoneshottet wurde, bevor ich da war? Und ohne, dass sie am Leben war, vor allem. Das ist so traurig. Es ist einfach nur traurig. Ganz ehrlich, Boys. Dieser Champion verdient kein Outro. Nehmt am Gewinnspiel teil. Sendet mir euren Urfclip ein, um ein Skin zu gewinnen. Oder folgt dem Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Und wie gesagt, kein Outro. Dieses Gameplay verdient kein Outro. Tschö mit dir.